happy halloween wenn man das sagt ich bin mir nicht ganz sicher ja nach meine letzte runde fortnight bin ich hier wieder zurück es ergibt keinen sinn ich weiß aber es gibt hier irgendwie so halloween zeug wie man hier auch schon sieht es ist nicht irgendwie eine neue season aber es hat sich trotzdem was getan und ja ich höre mal schauen was das ist what the hell das das sind ja überall andere sachen gerade albträume so gut im ok was spielen wir mal das bisschen überfordert gerade oh shit was ist da los sieht gut aus wow gerade positiv überrascht ok ach ja stimmt die insel ist ja irgendwie zersprungen oder so gehen wir gleich dahin sie ist jetzt irgendwie zerfetzt das habe ich auf youtube gesehen warum ich verstehe es nicht wieso wir das machen aber ok wenn sie meinen ich war jetzt nicht ganz wo ich hingehen soll und ich rechne irgendwie damit verdammt komm schon nein ich jetzt komme ich da nicht rauf ich brauche items da drüben nein das ist nur munition verdammt oder hat schon eine waffe und gott das wird nichts freunde das wird nichts ok ich habe eine waffe ich habe dafür es schießt schon jemand ok hallo oh nein von hinten ist auch jemand hi ok ich habe einen nein nicht schön oh gott ich mag das nicht doch keiner war oh gut heilung hey ist das eine neue waffe hä ist das eine neue waffe ok mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet aber überhaupt nicht ja so füllen wir uns mal voll da jagdgewehr ist auch nicht schlecht oh das ok wir konnten die neue waffe nicht probieren perfekt ok also da gibt es noch so ein albtraum nehmen wir das auch mal guck mal der bus ist sogar hier anders und wir sind da kommt mir irgendwie viel schneller vor durch das ist die das ding so weht diese vorhänge ok das geht in den himmel das habe ich auch nicht gesehen interessant ja gehen wir mal in so ein dunkelfeld weil das besondere hier jetzt ist durch dieses halloween event irgendwie sollen zombies spawnen ich weiß nicht genau wie das klappen soll ich habe wirklich keine ahnung aber ich glaube mal dass das irgendwo hier sein müsste einfach so aus logik gründen her und sind das da drüben schon so mäßig weiß es nicht oh gott das könnten schon welche sein ok ich weiß auch nicht ob die jetzt aus dem aus der einzelspieler kampagne sind oder ob die neu sind ich habe keine ahnung wo ich will mal bitte er kommt nicht so schnell doch so schnell wo ist er jetzt hin nein das ist das ist ja nicht das ist ein monster soll da gibt es auch so sachen was das sind verschiedene dinge und leiter und zugleiter cool nur nicht da machen zerstören würfelmonster das team ist halt irgendwie unnötig das finde ich cool das finde ich auch cool würfelscheue saale 150 muss ich da 150 monster eliminieren sehr krass irgendwie mag ich es machen aber irgendwie ist es schade um die zeit in ihre gegenden verfluchten gebieten ich denke das sind die dunklen sachen interessant ja ja ne ich habe auch das gefühl dass das sicher immer voll viele leute sein werden aber ich würde mir das einfach gerne mal ansehen ist es da drüben der bus als ob das der bus ist und das ist sogar eine kiste juhu also der eine bus ist jetzt irgendwie kaputt und jetzt haben sie halt einfach einen anderen genommen und den halloween mäßig dekoriert wow hallo ich habe ich ihn doch habe ich lassen doch verdammt verdammt das war grad voll unnötig irgendwie war mir klar dass ich ihn nicht töten kann warum warum schieße ich dann trotzdem drauf das war dumm egal er kommt wieder es ist mit dir ok ich glaube da hat irgendeine challenge gemacht gut gehen wir mal zu dem versorgen gebiet mal schauen ob da ok das sind welche hallo die trocken sogar was das ist cool ok was kann ich jetzt machen oh gott da sind viele gesporen hallo immer auf den kopf gehen ouch da ist jemand hi und wie geht's oh nein es sind viele was da sind überall welche hallo ok das war's schade ich dachte mir jetzt zu halloween passt das ganz gut wenn ich da wieder mal eine runde fortnight bringe gerade weil es halt einfach echt viel neues zeug gibt und das zum beispiel ich hab keine ahnung was ich da was ich da machen kann oder wann das ausgeht ich weiß es auch nicht ah ich kann es einfach verlassen das ist voll interessant oh das sind sogar kisten oh gott oh nein jetzt muss ich dann direkt gegen den kämpfen ok leute ich weiß auf jeden fall warum ich nicht mehr fortnight spiele schreibt mir in die kommentare was ihr heute so macht an halloween wenn ihr das video zu halloween guckt sonst könnt ihr es natürlich auch gerne in die kommentare schreiben so wo gehen wir hin gehen wir hier hin ich hab das gefühl hier könnten die wenigsten leute sein meine meinung ich finde den modus ziemlich cool eigentlich also es ist jetzt ich weiß nicht ob es kreativ ist ich finde es eigentlich eine gute idee hallo hallo monster ok ich müsste sie zerreffen scheiße die machen schaden das mag ich nicht das ist nicht so cool finde ich ok ok so gehen wir mal ein bisschen weiter weg die kommen eh nach ist kein stress ok irgendwer schießt da und da drüben nein ich brauche mal kurz eine ruhe bitte ja ich werde abgeschossen so ob sie so weit kommen krass jetzt muss ich nachladen nicht cool ok 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 da war schon jemand ist ja da hä die kiste hat er nicht bekommen die zombies setzen ein bisschen unter stress muss man sagen ja ja ich glaube das passt so ich weiß nicht ich kann mich die Pistole nicht schießen bin ich gerade drauf gekommen ok ok oh das ist jetzt auch nicht so geil oh scheiße ich habe keine blöcke mehr es gibt jetzt einen Kürbis aber aber ich dachte ich bin was besonderes als als Tomate aber ich hoffe mal wir sind hier jetzt alleine ok nein die wollen auch dahin schaffen die das sogar ok achso krass scheiße ich gehe mal dahin dann holen wir uns so einen Würfel ich weiß auch nicht ob mich da die anderen sehen ich habe keine Ahnung so wo muss ich wo will ich denn hin überhaupt bin ich da schneller wie normal oder nicht ich habe keine Ahnung auf jeden Fall kann ich viel höher fliegen komme ich da rüber bitte lass mich da rüber ich schaff das oh shit ich dachte mir auch es ist mal eine gute Abwechslung zu ähm es ist in Street Origins und Jungle Island weil ich halt irgendwie gerade nur das bringe oh das hat mich verletzt der war zu nahe an mir ouch ouch gut taktischer Rückzug komm heilig fertig der macht sauviel Schaden glaube ich ok nicht weg gehen also Jungle Island äh kommt das Finale der ersten Staffel weil wir haben gesagt wir teilen es jetzt auf in zwei weil wir irgendwie schon so ewig jetzt ähm daran sitzen dass wir mal eine Pause wollten von dem weil es halt ziemlich aufwendig ist deswegen haben wir gesagt wir machen einfach zwei Staffeln und ja das Finale kommt diese Woche Samstag also seid auf jeden Fall vorbei wir haben äh seid auf jeden Fall vorbei schaut auf jeden Fall vorbei oder seid dabei wie ihr wollt ähm aber nicht eine Mischung daraus wir haben uns wirklich zusammengesetzt beide und uns so überlegt wie könnte man das jetzt am besten so abschließen und so und ich glaube das ist ganz cool geworden ich hoffe ihr seid der Meinung auch oh da ist sie da ist noch eine neue Waffe das ist die Armbrust lol mit dem hab ich nicht gerechnet der hatte ich auch schon wieder vergessen ist das auch neu das ist auch neu oder ist das auch neu oder ist da überhaupt was ich glaube nicht ne das ist einfach gar nichts ok cool ein unnötiges Haus äh man hat ihn endlich feilen das ist auch cool oh nein Kiste und verstecken das Problem ist ich äh oh shit WAS ja ich wollte sagen das Problem ist dass die Armbrust ziemlich schwach ist deswegen habe ich sie auch jetzt gar nicht genommen aber jetzt habe ich sie nicht mal benutzt oh gott dieser scheiß da ist ein crossbow den wir nicht haben so ich zeig euch jetzt wie er schießt der mich wenigstens einmal gezeigt habe ich finde es cool dass er unendlich hat aber sonst ist er eigentlich relativ unnötig glaube ich und ich sehe gerade das sind auch solche Zombie-Dinger wenn wenn keine Leute da sind also Leute was sage ich nicht in so schwarzen Bereichen gibt es das auch merke ich gerade oh und es gibt auch Zombies nicht in Albtraummodus das habe ich auch nicht überrissen so ich glaube ich bin hier oben sicher aber ich weiß es nicht das macht keinen Schaden wir wissen was passiert wenn ich das kaputt mache so ich habe keine Munition mehr perfekt hallo jetzt habe ich wieder Munition oh das macht viel Schaden bei denen das ist interessant ich habe es geschafft ich habe es kaputt gemacht das ist lustig okay das jetzt ergibt es Sinn erstmals da schießt jemand aber kein Problem doch ein Problem doch ein Problem wo da ist jemand hallo hallo da auf einmal steht er hinter mir auf der Stiege aber jetzt wissen wir auch was das ist das zeigt die Anzahl von Zombies an die du getötet hast interessant alles klar das Jungle Island Finale verpasst es auf keinen Fall ich glaube das ist ziemlich cool geworden meiner Meinung nach zumindest ich hoffe euch gefällt es auch und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag und Daumen hoch Kommentar unten und Abo hier